jetzt nicht mehr, jetzt baue ich ja schon äh, Riesenhäuser, aber weiß nie was da rein soll dann habe ich da mal solche Riesenvillen, aber nix drin ja, so geht's manchmal auch, und, äh, gleich friert das wieder zu so, bevor das zufriert, rüber ja, da müssen wir anscheinend, oh Gott ja, und jetzt, ach da so, in das orangenhaus wieder die Treppe runter ja, da in den Pool rein wo man, wo man jetzt Eisschwimmen drin machen kann also so, im Winter schwimmen gehen im Freibad und jetzt müssen wir hier raus, ich glaub schon aua müssen wir jetzt, glaub ich, hier rein, oder? ja, geht mal ganz stark von aus genau ich hab schon wieder Lava hier, Popcorn was ist denn hier? komm ich hier wieder hoch? nö egal, ich geh mal mal rein hier so, da ist irgendetwas ist da hinten, dahinter irgendetwas? äh, 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 nö also, ich was ist denn das? das sah so aus irgendwie so komisch so, und jetzt? ach so, ah, ach so ja, okay ja so, hier in in the water my English is very good but my German is better oder so oder so auf den Kaktus und auf den Kaktus und auf den Glouceton so über die Blätter auf das M auf das andere M und über die gelbe Wolle und über den Glouceton hoch über die Treppe hoch und dabei runterfallen und da fährt ein Zug vorbei nicht natürlich in echt sondern hier diese komischen Sounds von Minecraft hat sich an wie so ein Zug so ein Cave als ob ein Cave ist das, ne so hier sind viele Stühle wo keiner drauf sitzt wir können da rüber yay nein hier rein und brechen uns beim wieder und das sieht aus wie ein Affe oder sowas ähnliches oder ein Kristallschädel oder so ja da duedet ab und zu mal mein Mac im Hintergrund wegen Skype ähm auch ach komm ach nö Pressbutton na da komm ich nicht dran schade ob ich vielleicht mit der anderen Seite versuchen soll äh äh nö ich werde bald meinen auf meiner Seite hier da hoch da hoch auf das Glowstone auf das Ding hier da hoch zack 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 so jetzt irgendwo um drauf und dann müssen wir ein Pressbutton neun ich dachte schon sterbe ich schon wieder wenn und jetzt party Kekse! Und wofür war jetzt eigentlich der Baum eben gerade? Oder vorhin? Oder eben gerade? Wie auch immer. Wir haben ja einen Baum gekriegt. Wofür sollen der jetzt gut sein? Oder die Minecarts? Brauchten wir auch nicht. Oder steht doch irgendetwas? Put the bonsai tree here. Ja, das war's mit der Map. Wartet. Wenn wir den schon da hinpflanzen, dann wollen wir den auch wenigstens noch groß werden sehen. Hi. So. Okay. Das war's mit Minecraft. Oh ja, nochmal Musik. Etwas schief gerade, aber geht schon. Oh ja, das war's schon. Wir spielen jetzt hier. Let's play Minecraft. Wir haben hier einige Sachen. Die ruhen uns jetzt. Natürlich das hier auch. Und den hier. Was soll das hier darstellen? Lape Slard Soli meins. Okay. Das sind Diamanten. Meine, wie viel sind das? Sind das wie zwei. Nein, drei. Nein, vier. Sind da drüber noch welche? Nö. So, ein, zwei, drei, vier Diamanten. Finde ich toll. So, also, wir haben hier vier Diamanten gefunden. Das war's mit dem Let's Play. Das war Let's Adventure Minecraft, Minecraft, Minecraft Edge. Minecraft Edge. Dann sehen wir uns beim nächsten, bei der nächsten Adventure. Vielleicht alleine, vielleicht auch zu zweit. Vielleicht auch mit dem Papst. Vielleicht auch mit... Und dann gibt's noch so. Mit... Der Polizei... Vielleicht auch... Der Polizeisimulator. Nein, natürlich nicht. So ein scheiß Unwähn nicht. Pressbutton, okay. Okay. Ja, so. Jetzt nochmal runter. So. Jetzt wirklich hier. Schluss. Nein, jetzt wollen wir play... Oh, da können wir mal hochgehen. Okay, das machen wir jetzt noch. Da hochgehen. Ich kann noch hochfliegen. Oh, das ist eine Kiste. Kann ich... Nur, dann kann ich da nicht hoch. Das ist meine Kiste. You know that to do? Na klar, hab ich... Weiß ich, was ich tun soll. Ha! Ja! Brenn! 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 Jetzt, eben nochmal mit... brennendem Hintergrund das war jetzt jetzt wirkt zum letzten Mal das war jetzt Let's Adventure Let's Adventure Let's Adventure Let's Adventure Minecraft Let's Adventure ich glaube ihr wisst jetzt was ich meine das war's wieder bis zum nächsten Mal Ciao Leute